Ich begrüße euch zu meinem 23. Themenvideo aus der Reihe Denkt mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Telemarketing. Digitale Telefonie hat Betrügern viele Möglichkeiten eröffnet, Bürger abzuzocken. Zum einen, dass man jemanden anrufen kann und vorher eine Fantasienummer angibt, welche beim Angerufenen angezeigt werden soll. So wird, um einen vertrauten Support zu simulieren, einfach dessen Rufnummer verwendet, obwohl der Anrufer mit dem Support nichts zu tun hat. Hier muss es politische Entscheidungen und Reglementierungen geben, um den Bürger besser zu schützen. Trotz dem Verbot, Privatpersonen zu Werbezwecken ohne dessen Einwilligung anzurufen, wird die Zahl der versuchten Abzockversuche eher mehr als weniger. Mal sind es Energieversorger, mal Finanzdienstleister für Trading, mal geht es um Glücksspiele und Lotto. Da Anrufe dieser Art verboten sind, muss dagegen etwas unternommen werden. Gebt, wenn ihr angerufen werdet, niemals Kundenkennworte, Bank- oder Kreditkartennummern heraus. Auch niemals Passwörter, die ihr vergeben habt. Auch nicht, wenn ihr die vermeintliche Firma am anderen Ende kennt. Oftmals werden auch Rufnummern verwendet, welche beim Anruf des Rückrufers ins Leere laufen. Nummer nicht vergeben. Eine am Display angezeigte Rufnummer muss aber immer beim Anrufer ankommen, sollte man diese verwenden. Besser sollte durch die Bundesnetzagentur sogar Vorkehrungen getroffen werden, dass Absender, die eine falsche Nummer zum Versenden benutzen, oder Nummern, die keinen Anschluss haben, nirgendwo in Deutschland jemanden anrufen können. Jeder Absender muss ermittelbar sein. Damit wäre eine große Zahl illegaler Werbeanrufe ausgeschaltet. Die meisten Werbeanrufe, egal ob legal oder illegal, enden im Verkaufsgespräch. Das Telemarketinggesetz müsste demnach angepasst werden, dass Verträge über Telefon nur zustande kommen können, wenn alles schriftlich vorliegt und unterschrieben an den Absender zurückgesendet oder gefaxt wurde. Die Tonaufzeichnungen der Anrufe als Nachweis einer angeblich erbrachten Willenserklärung sollten unzulässig sein, schon wegen der rhetorischen Schulungen der betrügerischen Telefonverkäufer. Telefonanbieter sollten die Möglichkeit haben, so wie es mit Auslandsnummern und Servicenummern möglich ist, auf Antrag ihrer Kunden Anrufe von Absendern, die automatische Dialer-Systeme verwenden, dieses ebenfalls zu blockieren. Vielleicht auch Absender, welche falsche oder nicht existierende Nummern mitsenden. Nicht wenige Personen sind auf diese Weise schon in ungewollte Verträge gerutscht und haben sich hoch verschuldet. Um sich als Angerufener weiter zu schützen, meldet euch mit eurem Namen oder Hallo, niemals mit Ja oder Ja-Bitte. Dieses ausgesprochene Ja könnte schon mit einer Tonaufnahme verarbeitet werden, um euch einen Vertrag unterzuschieben. Wenn ihr gefragt werdet, ob ein Gespräch aufgenommen werden darf, niemals zustimmen. Lässt ein Anrufer euch nicht zu Wort kommen und redet ununterbrochen, legt auf. Lasst euch niemals bequatschen. Richtig gesehen muss dem Handel mit Adressen ein Riegel vorgeschoben werden, um diese Betrügereien im Telemarketing ein Ende zu setzen. Das Akzeptieren von AGBs, in denen irgendwo steht, dass Daten an Partnerunternehmen weitergegeben werden dürfen, oder ein vergleichbarer Hinweis in einem Vertrag, muss von vornherein unwirksam sein. Nur Unternehmen, die eine eigenhändige Unterschrift mit der Genehmigung des Verbrauchers vorliegen hat, ausdrücklich auch namentlich nur für das anrufende Unternehmen, dürfen Privatpersonen anrufen. Die Unterschrift für die Anrufgenehmigung muss unabhängig von anderen Einwilligungen erfolgen. Ein Mobilfunkvertrag darf keine Opt-ins für andere Unternehmen als den selbst gewählten Anbieter beinhalten. Wenn jemand anders diese Daten nutzen soll, so muss beim Abschluss für dasjenige Unternehmen eine gesonderte persönliche Unterschrift für dieses eine Unternehmen geleistet werden. Telefonverkäufe müssen stärker reglementiert werden und Verbraucher müssen mehr vor Betrug geschützt werden. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Ich würde mich freuen, euch in meinem Kanal zu sehen.